Hier geht es rein, aber wir sollen in ein Lagerhaus. Okay, ich werde jetzt nochmal kurz in das... Hier liegt eine Zeitung. Neun Leben. Ash Rivers nach tödlichem Unfall unverletzt. Ash Rivers, das war der Sohn von... Der Ziehsohn von Isaac. Bei dem waren wir auch noch nicht. Da müssen wir unbedingt auch noch hin. Was ist denn hier? The White Cloud. Rahmen. Und wir müssen... Maolong Restaurant. Nein, 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 nein. Wir sind hier total falsch. Wo ist denn das Red Dragon gewesen? Das war doch hier auch irgendwo. Ah, okay. So, und hier hat er uns zum Lagerhaus geschickt. Zengs. Vielleicht ist das dann hier außerhalb. Komm. Ne. Das Foo Syndicate. Okay. Irgendwo muss das Lagerhaus ja sein. Ich gehe nochmal zu... zu Bongho. Bevor wir jetzt hier stundenlang rumirren, wer sich jetzt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, sollte bitte bis Minute so und so viel vorspulen, dann passt es wieder. Und wir gehen mal hier eben rein. So, und die Tür geht auf. Die Keinskinder haben sich über die ganze Welt verbreitet, aber im fernen Osten werden sie von den geheimnisvollen Kuei Jin zurückgedrängt. So, wir machen uns mal selbst den Fahrstuhl auf. Sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Und wir gehen hoch. Aufwärts geht's. Hallo, Andrea. So, hier ist Bongho. Ja, ganz einfach. Ich habe ein paar Fragen. Erzählen Sie mir von dem Campbell. Wo kriege ich tatsächlich eine Waffe? Das Tempel der Golden Virtue ist hier in Chinatown für ein langes, langes Zeit. Selbst bevor ich geboren wurde. Seit vielen Jahren war es alt und vergessen. Aber Ming Zhao hat es gekauft und es in ihrer formeren Glorie verbreitet. Naja, wenn man vor McGlory, ähm, aufgerollte Fischdosen auf dem Boden sieht, naja gut. Hm, interessant. Erzählen Sie mir mehr von Chinatown. Wo kriege ich eine Waffe her? Nein. Okay. Nein, das verstehe ich. Vertrauen Sie mir. Ich will es nur wissen, damit ich den Ort meiden kann. Gut, das wissen wir schon. Genau diese Kräuter suche ich. Noch ein paar Fragen. Ja. Wie kann ich dir helfen? Äh, bis später. Also, er will es uns nicht nochmal mitteilen, so ein Mist. Im alten Lagerhaus. Hm. Na komm. Der Aufzug ist furchtbar umständlich. Einmal runter. Ähm, Zhao am Lager treffen. Zhao. So. Das Lager. Hat er vielleicht hier ein eigenes Lager? Hier ist zu. Wir gehen einmal guten Tag. Wo bist du? Ach, du bist Kiki. Ich bin nur auf der Durchreise. Ach, gut Stoß, mein Lieber. Oder hat einer eine normale Armbanduhr verloren? Die können wir natürlich... Das ist ja geil. Ach, was ist denn hier passiert? Iiiiiiii. Äh, da ist aber... Boah, da kannst du... Alter Vater. Boah. Da brauchst du keine Blutspuren-Analyse zu machen, oder findest du... Mhhh... Wer bist du? Äh, ja. Ich will... Äh, hey, wer will eine Massage? Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr versuchte und, ähm, ein bisschen weniger attraktiver... Und, äh, ähm, ein Körper. Ähm, das können wir alles... Kann ich alles so möglich machen, ne? Dann schade. Gut, hier ist noch eine Zeitung. Ash River ist wieder das Lager. Und wir müssen nochmal in die Stadt der Nosferatu zurückkehren bei Zeiten. Aber jetzt erstmal gucken hier, wo das schöne Lager ist. Hier ist Zengs. So. Nein. Nein. Ja, das ist jetzt Mist, weil ich zwischendrin abgebrochen hab und woanders war. Wo ist es hier? The White Cloud. Nein. Wir suchen das Lager. Hm. Das hier sieht wie ein Lager aus. Doch steht auch oben schon Lager dran. So, mal schauen, wo wir hier rauskommen. Wer bist denn du? Du hast hier ein Katana liegen. Ayashi, ne? Was? Ich bin sie. Ich bin nicht wie all das Rest. Aber ich habe keine Vengeance für dich. Noch nicht. Oh, danke. Kein Bedarf. Wer bist du? Oogami-Yuki-Ei desu. Ich bin Shi. Und was hast du? Dämon-Hunter. Ich komme in die Stadt für das Blut des Dämonen, die meinen Meister töten. Nicht interferieren. Meine Revenge wird dich durchführen, wenn es zu tun hat. Was für ein Dämon. Was für ein Dämon. Ich hause Henge-Yokai. Mein Sensei hat einen Dämonen, der meine Familie töten hat. Und jetzt nehme ich das Leben von seinem Dämonen. Ich fange einen Traum von Körpersen, von Japan bis Rosu und Garesu. Henge-Yokai ist hier. Und es wird hier sterben. Henge-Yokai, wer ist ein englisches Katastrophal? Nein, was ist ein Henge-Yokai? Henge-Yokai ist ein Dämon, der in der Haut des Menschen schützt. Aber er ist nicht Mensch. Weißt du, wo sich dieser Dämon auffällt? Ich weiß, dass er nahe ist. Edo, ich verliere seine Traum. Hast du Henge-Yokai gesehen? Nein, ich habe noch nie einen getroffen, aber woher weiß ich denn, dass ich einen getroffen habe? Okay, das hilft natürlich ungemein, aber wenn ich einen sehe, lasse ich es dich wissen. Was hast du denn da überhaupt für einen Cyberarm? Für eine Jägerin bist du in Ordnung. Halte dein Schwert von mir fern, dann gibt es keine Probleme mit uns. Du hast einen Cyberarm. Cool. Okay. Da ist abgeschlossen, das möchte sie bestimmt nicht, dass wir da hingehen. Hey, haben wir wieder eine geile Nebenquest bekommen, den Henge-Yokai. Sollen wir töten. Und dann kriegen wir vielleicht dieses Porno-Katana, was die da auf dem Tisch liegen gehabt hat. Das wäre natürlich ein Traum. So. Okay, Kambika hat zu Zen. Da vorne steht auch noch einer. Treffen sie Zau am Lager. Hier ist abgesperrt. Wer bist du? Das dachte ich mir schon. Das hält sie, erzählt kein Information. Okay, gut. Hier waren wir gerade drin. Das ist das Haus der Rache. Das ist dann dieses Kackenlager, verdammt. Hier gibt es Nudelsuppe. So. Ich gehe mich jetzt mal hier vorne umgucken. Vielleicht ist hier noch was. Oder, ne. Blut ist voll. Die brauchen wir nicht. Dann könnten wir auch hier zur Not den Polizisten anzapfen. Obwohl ja. Hier ist auch. Ah, warte. So. Zau Imports. Meint er das? Zau Imports. War das das Lager? Oder Golden Oceans Fish Market? Wir haben doch hier sonst gar kein Lager. Oder war das Lager woanders? Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Hm, das ärgert mich jetzt. Okay, ich möchte hier oben gerade nochmal gucken. Da steht nämlich schon jemand. Da war doch was mit Zau Imports, sag mal. Man muss natürlich auch ein bisschen denken können. Und auch verstehen, was da steht. Dann war das natürlich hier durch. Ich gehe mal hier links. Lotus Blossom, das war es nicht. Ich glaube, wir müssen noch einen weiter. Da vorne müsste auch irgendwo nochmal eine Haltestelle sein. Hm. Ist immer blöd, wenn man versucht, sich irgendwo auszukennen. Und es nicht schafft. So. Okay, die zweite rechts. Also die nächste rechts von da aus, wo wir jetzt stehen. Nur umgekehrt. Und dann da einmal so. Okay. Jo. Aber hier geht es ja gar nicht rein, ne? Und hier war ja Temple of Doom. Nehmen wir die hier. Ist ja egal. Die alte bloß nicht. Ja. Mal schöne kleine Schritte machen. Dopp, dopp, dopp. So. Gott, ist das verwinkelt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier waren wir ja eben schon. Haben wir es jetzt geschafft? Bin ich jetzt wieder? Ach toll. Das ist Haus Imports. Aber hier sind wir richtig. Und hier können wir sogar rein. Ich möchte allerdings kurz mal, einmal hier außen gucken, was so passiert. Hm. Gerade auf der anderen Seite nochmal gucken. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich gehe hier nicht gerne rein in so Löcher. Und dann will ich auch kurz noch gucken, ob wir Punkte verteilen können. Fünf haben wir. Ne, lang nicht. Übersicht kurz mal schaffen über unsere Waffen. Sieht so weit sogar gar nicht mal so verkehrt aus. Dann bitte hinein ins Getümmel. So, mal gucken, was Zao zu sagen hat. Okay, hier können wir schon mal nicht schießen. Das ist schon mal ganz gut. Dann wird auch kein anderer auf uns schießen. Und wir sind hier in einer Domäne eines mächtigen Vampirs und klauen als erstes ein Autoradio. Da oben ist sogar jemand. Das ist korrekt. Das stimmt. Und wo finde ich Johnny? Oh, gut. Danke. Warum helfen Sie mir? Danke für Ihre Hilfe. Brauchen... Oh. So, Freunde. Jetzt ist hier Feierabend. So. Haben wir uns hier wieder mal versetzt. Hoppla. Ne, ich bin gerade ein bisschen... Das wollte ich. Ach, den endgültigen Tod war ja wieder klar. Weil ich wieder gespielt habe wie der erste Mensch. Oh. So. Aber wir waren hier und hatten ja genau... Wir haben ja die Quest angenommen. dann gehen wir einmal hier durch ja da gehen wir jetzt direkt mit ein bisschen mehr Elan an die ganze Sache ran und wir werden den alten Mann natürlich beschützen und uns damit die Tong natürlich auch zum Feind machen aber das ist ja kein Problem ja sorry dass ich eben so verkackt habe irgendwie habe ich es nicht drauf im Moment aber gut besser drauf gut drauf als gut runter nein umgekehrt egal so jetzt mal hier und gehen wir wieder mit Ernst zur Sache das schöne Autoradio für uns und dann aber wir können keine Waffe ziehen und somit auch nicht nachladen das stimmt wo finde ich Johnny danke warum helfen sie mir und danke für die Hilfe gut entschuldigen sie mich probieren wir mal diese Waffe hier oh ja die geht ganz gut das ist mir richtig gut ähm was wollte ich denn für eine Waffe haben schöne Pistole ich weiß wir werden von links noch beschossen oh er ist hier wir konnten ihn leider nicht retten das heißt wir müssen uns hier leider unseren Weg anderweitig raus schaffen wer bist denn du naja müssen wir es mal kurz so machen da ist eben einer oben rum genommen rumgeplumpst na no was geht denn jetzt ab oh ich wollte die Blutheilung haben ach das gibt es doch nicht mach ich denn mach ich denn bin ich so dumm oder was und du wirst kurz innehalten ja so will ich das sehen so und nicht anders war doch jetzt gar nicht so schwer oh das ist mit euch oh was geht denn hier ab oh alles klar ich sehe schon das wird hier ein bisschen interessanter ja was ist denn das wir laden hier einmal die die Spass durch und dann geht es auch schon los yes was mit euch hier so Freunde ja was machen das also der alte Mann ist gestorben wie es scheint boah Leute wir haben keine Granaten oder sonstige Sachen die stehen da unten und das ist also wirklich krass jetzt machen wir auch mal Rattentakt hey das gibt's nicht ja hallo und willkommen zurück zu Let's Play Vampire 9 ähm ich hab ein paar Dings hier ein paar Tries rausgeschnitten weil das einfach zu derbe war also die Typen die fahren schaden das nicht mehr schön und gut den Text kennen wir den skippe ich direkt mal und okay wir gehen mal kurz hier in die Hocke und ich speichere auch direkt mal weil das gibt jetzt gleich hier richtig derbstfeuer und ich werde ich werde mal hier die große Waffe nehmen und damit geht es ganz gut zack ja damit haben wir es jetzt einigermaßen im Griff jetzt der alte Mann trotzdem umgefallen dann gut und wir werden auf den Colt wechseln und ich mach mal Präsenz an und da unten kommen gleich was bist denn du für einer okay jetzt gehen hier diese diese Dinger auf und wir brauchen mal ein bisschen ein bisschen mehr Feuerkraft ah das ist scheiße mit der ey es ist derbe es ist echt derbe boah Heilung es ist zu krank Musik 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 Musik